London, Monarch Alines hat am Montagmorgen überraschend ihren gesamten Flugbetrieb eingestellt. Sämtliche Flüge wurden abgesagt, wie die britische Flugbehörde K. mitteilte. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Spekulationen um die finanzielle Stabilität der Fluggesellschaft. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Monarch und Norwegian derzeit knapp bei Kasse sind, und diesen Winter vielleicht nicht überleben werden. Die britische Regierung bat die Flugbehörde, andere Flüge für rund 110.000 Passagiere von Monarch im Ausland zu organisieren. Dies sei eine beispiellose Situation. Monarch musste laut britischer Regierung Insolvenz anmelden, und wurde unter Verwaltung des Wirtschaftsprüfers KPMG gestellt. Die britische Regierung sprach von der größten Rückholaktion in Friedenszeiten. Verkehrsminister Chris Greiling sagte laut Mitteilung, dies sei eine sehr beunruhigende Situation für die betroffenen britischen Urlauber. Qatar Airways hilft bei Rückholaktionen. Seine erste Priorität sei es, die Passagiere nach Hause zu holen. Niemand solle die Größe der Herausforderung unterschätzen. Nach Medieninformationen stellt JAK-Groß Aktion Air Qatar Airways 2 an British Airways Verlierster A320 in London Stansted und 8 in Doha bereit, um Monarch-Passagiere abzuholen. Britischen Medienberichten zufolge wurden weitere rund 300.000 Buchungen storniert. Monarch-Kunden mit einem Ticket wurden aufgefordert, nicht zum Flughafen zu fahren. Der Urlaubsflieger gilt als fünftgrößte britische Fluggesellschaft. Die Eierlinie selbst äußerte sich am Montagmorgen zunächst nicht. Monarch ist nach Alitalia und Air Berlin die dritte Eierlinie, die 2017 nicht überstehen könnte. Zu der 1968 gegründeten Monarch gehören noch ein Reiseveranstalter und eine Technik. Erst im Juni hatte Monarch den Ausbau einer Flugbezeugbestellung von 30 auf 45 Boeing 737 Max verkündet. Die Eierlinie bestellte zwei 737 Max direkt bei Boeing und arrangierte für 13 weitere Leasingverträge. Boeing führt Monarch derzeit mit 32 Direktbestellungen für die 737 Max, deren Lieferungen 2018 beginnen sollten. Vergangenes Jahr hatte Monarch Hauptanteilseigner Greibol Kapital mit einer Finanzspritze von 165 Millionen Pfund, rund 190 Millionen Euro, eine drohende Pleite abgewendet.